Hallo und herzlich willkommen bei LA FOSPRESS. Mein Name ist Alexander Landauer und heute frisch bei uns eingetroffen ein Horizon BQ270. Der Einzangeklebebinder zeichnet sich seine einfache Bedienbarkeit aus. Zum Beispiel hat er eine Buchblockstärkenmessstation außerhalb der Zange. Über das Display stelle ich meine Formate ein, wodurch sich gleichzeitig die Zange, die Fräse, die Seitenbeleimung und der Umschlaganleger einstellt. Hier am Anfang werden die Buchblöcke in die Zange eingelegt. Dann laufen sie weiter in die Fräse, direkt in die Leimeinheit, über die Seitenbeleimung, in die Umschlagstation. Die Umschläge kommen von der rechten Seite und werden vierfach gerillt, zweimal positiv und zweimal negativ. Solltet ihr noch weitere Fragen zu diesem Gerät oder zu anderen Geräten aus unserem Sortiment haben, ruft mich gerne an oder schreibt mir eine E-Mail. Euer Alexander Landauer